Im nächsten Battle kämpfen drei Kämpfer gegeneinander. Als Model-Booker verhilft er eigentlich anderen zum Traumjob. Heute ist er selber dran, Omid Mirzai. Sie hat zwar die Maße eines Models, sie will aber nicht auf den Laussteg. Sie will The Voice of Germany werden. Iweta. Die Dritte im Bunde hat weder eine Gesangsausbildung noch Erfahrung auf der Bühne. Aber in den Blind Auditions haben sich alle Coaches für sie umgedreht. Hier ist Mari Harutjunjan. Sie werden nicht mehr im Lodeen sein. Sie werden garere Musik. Sie werden nicht mehr im Lodeen sein. Sie werden nicht mehr im Lodeen sein. But I just can't seem to find my over Wondering I am lost As I travel on The white cliffs of Dover Many rivers to cross And it's only my way That keeps me alive